Leute, jetzt müsst ihr in die Sportsbar. Ich werde euch verlinken, wo ihr die findet, am O-Bahnhof Gneisenauer Straße. Das ist der beste Kaffee, den ich jemals in der ganzen Stadt getrunken habe. Das ist ohne Scheiß jetzt. Ich habe eben einen Schluck getrunken und ich bin versüßt worden. Ich weiß nicht, was das Geheimnis in dieser Kaffeenote drin ist. Jeder Gastronom hat sein eigenes Geheimnis, wie er macht, aber bester Kaffee ever in der ganzen Stadt. Leute, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr das auch so seht. Und ich verlinke euch auf meinem Kanal, wo ihr die Sportsbar findet. Und in einem halben Jahr, da wird kein Kaffee mehr holen, weil ich glaube, dann ist der schon um diese Zeit ausverkauft.